Herzlich Willkommen zu der Partei in Höhen. Wir dürfen jetzt auch feststellen, dass die Zukunft nicht fertig ist. Ich weiß nicht mehr viel. Über ein paar Prozente. Obwohl wir das Rechte gestalten können. Ich glaube schon. Da darfst du ankommen. Feld Nummer 28. Bei einigen Kurs muss man optimieren. Sonst fahren sie auch nicht den neuen Weg. In dem Fall. Aber so lange, so lange nicht fahren müssen. Dann ist doch gleich fertig. Kann nicht mehr viel sein. Ich habe schon mal gehabt, da muss ich abbrechen, weil ich nicht in den Haupt. Beziehungsweise. Beziehungsweise. Oder ist schon fertig. Abbrechen. Beziehungsweise aufhören. Da muss eigentlich durch sein. 20. 27. Oder. Was auch sein könnte. Das Feld ist. Zu groß. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin da am Rand noch mal lang. Hier vorne hat irgendwo eine Stelle noch mal fehlt sich, zu speichern. Aber das kann es ja nicht sein, das ist ja nicht. Gehen wir hier vorne und gucken, vielleicht hat man damit zugezählt. Das kann wieder sein, das Land ist ja immer dasselbe, gut, kurz mal einklappen, und wir wollen die Ecke noch mitmachen hier, vielleicht ist es dazu, keine Ahnung, nun ist es. Ich will es mal nicht auf, dass die Ecke dazugehört. Wird zwar als hörtlich angezeigt, aber gut. Könnte sein, ne? Die Geräte. Wenn wir sehen. 5%, wo sollen wir die her holen? So. Knell. Vielleicht noch 33. Die Abfläche und die Rechte. Naja. Gehen wir hier die Ecke noch mit lang. 5% hinkriegen. Aber möglich ist es. Zur Not abbrechen und beim nächsten Mal merken, es fällt auch nichts zu uns. Gehen wir den Nachbarn düngen vielleicht. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das sieht ganz nah aus, dass man ein bisschen großzügiger düngen muss. Das ist sehr gut. Hm. Noch nicht. Na endlich. Ich dachte schon, wir müssen hier schlafen gehen. So. Ich werde hier anfangen. So. Das war ja so ein komisches Feld, aber es macht nichts, wenn man mal ein Fahrzeug macht. Oh. Ich hoffe mal, das reicht. Knapp. Aber zur Not werden wir halt ein anderes Fahrzeug raustauschen und weiterfahren. Beziehungsweise werden wir hier im Prinzip einen zweiten dazunehmen und die andere Hälfte machen. Ja. Tut sich mit zwei schwer. Also. Schwierig. Müssen wir mit vorgewährenden Barten arbeiten. Er rechnet und rechnet. Garantiert etwas ungünstig geformt für den Kursbrief. Aber irgendwann müssen wir in eine Rektion kommen. Irgendwann muss er mir auch vorschlagen. Oh. Keine Rückmeldung. Ist das so schwerwiegend? Ein Fahrgewänder muss auch reichen normalerweise. Ja. Ja. Er rechnet normalerweise. Kann man drücken nebenbei? Oh. Fertig. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Der hat er gerne. Ja. Gut. Wenn man so steht. braucht man noch besser klappt. Ne. Auch wenn das besser klappt. Ja. Das reicht nicht. Junge. Das reicht nicht. Das ist schlecht. Ja. 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 Da tut es nicht voll. Voll machen. Hemper. Und dann aufpassen. das ist halt ein Wetterchen heute hier zum Mäusenberg das geht mal ein bisschen rein, geben wir auf Kartoffeln die Kartoffeln, hat das so dünn gemacht, das kann sein eigentlich nicht, das ist die Anfängerung jetzt weiß ich gar nicht, wie ich es schon gemacht habe, keine Ahnung jetzt haben wir 17 Uhr, es ist angefangen mit 3 oder 3 ungefähr, also halb 3 4, 6, vielleicht 7 gut, ich fahr das noch aber das macht nichts fahr mal durch den Mast, ne? sieht so blöd aus, aber ja, das Bau daneben war gut, hat noch mal eine Auffahrt geschafft, ne? nur, das nächste Mal anfangen wir mit dem Auto gleich aber nicht heute nicht heute nicht fahr mal schnell selber austauschen ok, es wird jetzt fertig alles gut ja, ja, Tunnel ist hier auch zumindest in der Führung von der Eisenbahntunnel Tunnel ist hier ja nicht in dem Sinne Tunnel ist anderes jetzt gucken wir mal hin hier sind alles viele Wälder alles viele Wälder, öffnet sich ja, viele Wälder sind hier krass, ne Wald krass, ne Wald nur, Düng ich sehe da was noch keine Meldung hier jetzt sind mitten drin gedüngt das ist nicht gut dann werden wir Helfer nehmen ich bin der normalen Helfer jetzt hier das sollte hier auch funktionieren der normalen Helfer du hast Wegschen raus das muss ja nicht perfekt sein das reicht ja wenn er die meisten Flächen fertig macht außer aus ihm und Haunze da hat nicht gereicht beziehungsweise da muss ich großzügig dügen die Fläche vom Land so, Toffel denk ich mal hier und hier ist er fertig beziehungsweise leer so, kurz Kopieren Kurs und lassen ja, hat er keinen automatischen gestartet nicht mehr den und die die haben jetzt das ist dass schwein es ist der das ist schweinen das ist das das ist das das ist das So, einsteigen. So, da kann man jetzt zurückfahren. Einklappen. Diese Dünger hat er nicht genutzt, siehst du? Das wollte ich hier gerade... ...kann meinen. Beziehungsweise genau das sollte ich haben. Hier nochmal trocken angesagt wird. Glaub nicht. Ohhhh. Auf acht abschlossen. Ach. Das war glaube ich noch nicht fertig. Ach. Ich glaube, keine Ahnung. Mal schauen. Hier muss haben wir gut zu tun. So. Ja, Regen und Schatten von Sonne. Ein Paradoxon. Nehmen wir das hauptlich an. So. So. Oh, Wunder. Eine Kreuzung. Eine Hof... ...Hof... ...Zufahrt. Ja. Ist so schwer, ne? Ich hab da wohl nicht reparieren. Heile genug. Ups. Und weiter machen. Ist doch kaputt. Ist doch kaputt. Ich muss mal ganz gut anschalten, wenn sie sich rüber schiebt. Halm ist doch Deko. Das ist doch komisch. Ich bin auch gespannt, ob das Season sicher ist. Und wenn ist auch egal. Ich muss mal kurz überlegen. Acht ist fertig. Dann ist das so, ne? Deko. 44. Abschließen. 8. Abschließen. 10. Nicht abgelassen. So. da recht schon meist hat noch nicht ausgepflanzt teilweise oder schon so weit kann auch sein mal gucken plattenverein wo fahren wir jetzt hin was ist in der nähe auf feld 8 5 ist sehen aktiv 11 kommen wir nicht hin da das quatscht alles erledigt 17 ist 17 17 22 28 ist er bei schicken wir auf die 54 gut aber wir sind umweg fahren wer war noch fertig und er wird jetzt hier oben lang und dann hier zurück 58 ist da was sollte er hier rein gute frage 47 sehen ach so sehen noch mal rein soja bohnen machen wir fix soja bohnen soja bohnen kurz generierung 58 klar logisch man muss akzeptieren ja so ist das ich wollte nicht mehr so lieb ich mal das war's freundlich und siehst du jetzt im nächsten folge wieder tschüss und danke tschau